A304 Und wir gehen jetzt zusammen Du klappst Ich mach auch Ich muss wieder alles fahren Also, was da? Hallo Hallo Wir machen gerade einen Dokufilm über Ihre gute Klasse Und wir wollten mal wissen, was Sie so zu sagen haben Über Ihre Klasse Da kommen wir leider 45 Minuten zurück Denn seit 45 Minuten Berichte ich über die Güte der Klasse Ja? Ach, ist jetzt schon vorbei? Ist schon vorbei, ja Haben wir's verpasst? Zwei Minuten wiederholen kurz, zusammenfassen Kann da hinten eine Kollegin, da Johannes und Julian Wir können das besorgen Na gut Dann frage ich die nachher bei der Pause Ich entschuldige die Störung und viel Spaß noch Ja, ab und Tina Willst du dich deinem Lehrer zuhören? Mariana hat insgesamt 10 Punkte Michelle insgesamt 5 Punkte Sarah insgesamt 8 Punkte Annalena kennt die Note Lotte 12 Punkte Max kennt die Note Nina 8 Punkte Verena 5 Punkte Natascha 5 Punkte Tina 11 Punkte Das macht dich gut über deinen Eltern, Tina Deine Mitschüler beschweren sich über deine Note KB informiert sich an unserem schwarzen Bett Und, was Interessantes gefunden? Nein, gar nichts Nein So ein Die Runde der Erschöpften Unser Schlafsack Jetzt begeben wir uns mal in die Raucherbaracki in die ehemalige Zehn Jahre Rauchen haben tiefe Spuren hinterlassen Das gelbste Licht auf der ganzen Welt Die Runde der Erschöpften Die Runde der Erschöpften Hier die größten Soccer Die sichtigen Da habe ich gerade schon wieder Fahrradbeuge im Spiel Wir finden uns jetzt hier in der Kinderarbeit vom HGG Die Gruppe des HGGs Oh, mit Mundschutz Sie müssen hier schon arbeiten Hier die Minenarbeiter müssen Hand für Hand die Schule wieder aufbauen In diesem Raum haben wir wahrscheinlich noch keine Elternzeit in dieser Schule jemals gesehen Nur die Kinder sehen jeden Tag um hier Steine zu hacken und neue Kohle abzubauen Und was sagen unsere Gäste aus Amerika dazu? Ein Wort ist unsere Abi-Gala Abiturientia Abi 2003 Wünscht uns viel Glück fürs zukünftige Leben Genau Jetzt sehen wir jetzt mit Herrn Klaasen aus seiner Fekan-Stuhr nach Hause ohne Autofahrt Ja, aber du Du bist noch selbst Für Herr Klaasen Nein, das bin nicht weg Das ist Wetter Der hat wahrscheinlich auf seinem Fahrrad schon mehr Energie produziert als irgendwie mit einem Atomkraftwerk in meinem ganzen Leben Wiederhunde überlegen Was ist eben gelassen? Ja Nein So schön doch Du musst da ewig werden Du musst da ewig werden Du musst da ewig werden Mal angucken Jojo ist der Außenseiter Keiner will neben ihn setzen Er stinkt Ach Scheiss Wir nehmen lieber ihn auf in der Blutrechte Du hat er sich reingestellt schon Unter einsatz Du musst da die ganze Zeit aufnehmen Nein Nur so was so zwei Minuten Hallo Jojo Okay Und hier sind dann so Ich will das spielen War da jemand altes Ich will das spielen War da jemand altes Leider ist er ganz okay Oh mein Gott Hier war ein Mord Die Abdrücke Die sind überall auf dem Boden verteilt Oh mein Gott was ist hier passiert? Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Na dann So dann bekommt der nächste Pfeil Ein Kondensator im welchen Schonkreis Das bedeutet für die Kurve, ich lasse sie mal so stehen, eine Verspannung für die Kurve 90 Grad, nicht alle nach, das ist der Grund dafür, dass es eben ein Kondensator, den ihr noch eine Zeit habt, um den Schrauben zu lassen, das ist der fürchterste Lehrer der Schule, auch vom Master. Wir hören hier schon, wie er die Deklination abfragt, akkurativ, dativ, genetiv. Mal gucken, was er hier in dieser Bereich im Griff ist. Was ist denn los? Das war jetzt das letzte Mal, ich passiert das noch einmal, bitte echt alle mit mir. Das ist mir, nirgends. Können Sie noch was im Nächsten kurz sagen? Was ist denn? Wir haben dich gerade aufgenommen, wir wollten unsere letzten Schulstunde aufnehmen, und so wie wir sie in Erinnerung haben, wollten wir sie nur aufnehmen. So, ich bin sowieso fubsig. So, also ich werde von all diesen Bilden behandelt haben, und so war jetzt nochmal Mandy. Wir sagen ja wieder Tschüss. Also, noch ganz kurz, was sagen Sie zu uns? Sie hatten sich als Klassenerbe. Wie waren die Schüler? Als Klassenerung oder was? Ja. Ich hoffe, ich hoffe, dass ihr trotz eures Unwissen das Abitur besteht. Ich weiß, was ich bin. Warum? Wieso? Weshalb? Aber ihr werdet es bestehen. Weil an dieser Schule mittlerweile, will mittlerweile jeder das Abitur bestehen. Auf dieser Schule. Wagen Sie, ich bin ein Schaft. Ich bin ein Verfahren, wo es ist. Ich bin ein Schaft. Was fährt der denn? Die Defender. Ein Verteidiger. Ein Verteidiger. Wenn man keine Wagen gibt. Ein Schaft, die Koffer. Ja, okay. Mach's klar. Ja, komisch. Ich sehe, weil fühlst du nah an. Was machst du denn schon, Peter? Ich muss eine Mission. Ja. 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 Jawohl. 성이 Hallo, Julian Sturms, live vom Unfallreport. Mein Spiegel ist im Arsch, er hat einen Spaß, dich nicht dagegen gestellt. Wo denn? Da vorne. Gerade eben? Ja, im Spiegel. Anzeigen? Ja. Wenn die Leute noch braun oder noch mal haben wollen, wobei ich dachte, wie viel Zeit ist, haben sie noch so viele Kamerungen zu haben. Das wird auch einfach, weil ich die Zeit habe. Wir füllen Freisbaden raus. Danke. Wir fangen noch zu viel an, zusammen. Auf dem Anbietraum. Das ist gut, dann mal. Ich muss die Mutter abholen, meine Lütze. Schatz. Ich weiß nicht, ob ich ein Besticht brauche. Das ist ein Sommersicht. Ja. Herr Schulz, wie ist meine Note? Na ernst gesagt, sagen wir es einfach mal ohne Faxen meine Note einfach mal bitte. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR